Musik Moin Leute, mein Name ist der Kostner, neuer mich hier auf den Kanal Ja Leute, heute spiele ich mir das Minecraft UHC mal wieder Leute ja Wie ihr sehen könnt, weil ich habe ein schickes schönes Cape Leute da von dieser Minecraft Migration da Ich wurde auserwählt Äh ja Leute, was heißt das mit dem Cape Wingers Ultra ein Pro Leute Ich bin jetzt richtig krass geworden im PvP nur weil ich das Cape habe ja Aber ich würde sagen Leute labern wir nicht mal lange Wir fangen direkt mal an Ach Leute, UHC mal wieder einmal hier Und ich habe wohl den geilsten Sporn der Welt Ach okay Leute, also ich habe diesmal da Steinkater ausgebildet und ich habe jetzt das Rezeptbuch verstanden Wenn wir die Sachen haben, Leute, können gleich so ein Schwert, man Das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt, ja Ich habe da vor allem alles weggeschmissen So, aber ich habe da Steinkater ausgebildet, Leute Damit wir ganz nahmlich einmal rushen können, ja Habe ich schon erzählt, dass ich ein neues Cape habe Wir sind nur Wüste und da sind schon wieder die servierten Schafe Okay Leute, ich glaube hier haben wir schon mal am Anfang nach Miene So, wir haben doch keine Miene Aber egal, wir brauchen uns ja erstmal einen Ofen So, ein bisschen Kohle So, vielleicht kannst du mal brutzeln Oder auch nicht Ähm, hallo Oh, da ist ein anderes Spiel, moin, moin, moin Nein, man hat ja für eine Schaufeldinger Okay Leute, ich glaube, wir haben ihn abgehängt Wir haben ihn abgeschickt Okay Leute, ich brauche mich da an Strachner Osten, weil der hier ist nirgendwo an Miene Ah, Eisen Nice Ich glaube, unnaufig Lava, Leute, ne Okay, ich glaube, wir brauchen uns ja jetzt wieder nach Osten, weil unten ist nichts Oh, macht doch schneller Die PvP ist in zwei Minuten an und ich habe noch gar nichts Außer natürlich mein überkrasses Cape So, habe ich echt so viel Pech, dass nirgendwo hier eine Miene ist? Es ist nur Wüste Und die PvP ist alles Nice Nice Was sind Spieler, Leute? Ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich empfiehlt noch nicht, weil er zählt besser als Sachen So, aber nach Rundbauen ist gar nicht mehr so eine schlechte Idee Hammerumschnitte, B-Hoppen Hä? Ich habe keinen Arm, was das heißt, Digga Meine Fresse Was wollen die alle von mir? Ja, Digga, der hat sich doch schon bis ans Bedrock unten gebaut Äh, ich glaube, WDR heißt, ich soll ihn gegen ihn fighten oder irgendwie so Der soll dann längst schon über alle Berge auf Wieso hast du das über alle Mienen? Ich merke, es ist Täterbomben überhaupt noch hier Wir warten jetzt noch kurz nach Eisen Ich höre ja auch irgendwo Lava, Mann Der wartet da unten, bis ich komme, Digga Wer hat denn geschrieben? So, eine schöne Hose wird das einmal gemacht Oh, doch doch nicht So Oh, komm, Alter Mann Ja, guck hier, Digga Der Schalter, guck mal, ob ich nicht pushen wollte Weil ich ganz normal weiß, dass ich der einzigste bin, der kein Eisen hat Oh, Digga, Leute Ich schwöre, wenn das nochmal so passiert So, ich gucke mir jetzt einmal ganz bisschen Holz, ja Und dann sofort Miene suchen Da oben in Miene irgendwo Setzt Diesen Ding ist auch schon ein Eingang Oder hier? Nö Oder doch, Leute Wir haben was gefunden Okay, nice Dann ist es auch in die Miene Soll ich ein bisschen überlegen, ob ich mir eine Fackel machen soll Ah, guck mal, ich kann also ein bisschen gecheater Guck mal hier Ich muss nichts hoch, scheiße Nein, 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 nein Ich möchte dich schon wieder weg Nein, 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 nein Abbauen, abbauen, abbauen Ich kalt es mir auf ein Stein bitte Ich hab schon ausgedacht So, nice, man Ja, konnten doch so ein Schwert, man Das braucht nur einen Knochen Ein Eisenschwert und ein Rottenfleisch Okay, Leute, wir müssen noch ein paar Zombies auf ihn trickeln Oder warte mal, ich weiß nicht, geht's irgendwie noch weiter So, vielleicht gibt's hier aber noch was Und geht's irgendwie, wird's komisch aus Okay, Leute, ich glaub, hier haben wir vielleicht noch mal eine Minas Irgendwie läuft die Zone ein bisschen besser Oh, ja Wohin geht denn jetzt das Wasser? Was hab ich gemacht? Irgendwie, Leute Parkt das Wasser rum Okay, das Eisen ist da oben Aber hier haben wir noch mehr Eisen Okay, das war mal sonst erst mal ein Eisenschwert, Leute, ja Gucken, dass wir dann noch Zombies hier noch können Oh, nice, meine Leute, ich hab einmal schon 21 Eisen gefunden Okay, die Minute, die ist richtig nice Was hier noch weiter runter So, ähm, ja, schaffe ich es Dieses Wasser Da hinten hinzuführen Ja, Leute, ich hab's geschafft Nice So, machen wir jetzt, fangen wir mal mit einem kleinen Brustpanzer Warte, man kann auch gleich Schuhe auch noch mitmachen So, dann noch ein Eisenschwert Leute, ich glaub, ich bin grad Ah, kann man ja eigentlich wieder da reinmachen Ja, wir sagen, rein dann, ne So, ja, noch ein bisschen Eisen So, okay, Leute, jetzt werden wir dann komplett Eisen Was, man braucht 7 für eine Hose? Ach, Mann Heißt, dass ich ein Bild, dass man kein Leben irgendwie regenerieren kann Ähm, okay Irgendwie ist diese Mine doch ein bisschen langweilig Boah, jetzt mal langsam im Wasser, ey Ah, Tageslicht Hallo, Sonne Hängst du das Schmiedern, dass wir keine Minen hier finden, ey Also irgendwie ist dieses, äh Generationsprinzip von der PIX irgendwie scheiße In der Marmache findest du eine Hete-Ecke in den Minen Und hier findest du gar nicht Hier haben wir eine Schlucht Haben wir noch irgendwas Interessantes, vielleicht? Also das Eisen brauchen wir eigentlich ja nicht mehr, Leute Was hier ist Also, ich bin schon mal besser als in allen anderen Runden, die ich je gezockt habe Digga Ah, Mann, Krieberkackt Äh, Kürbis Ja, nice, solle, so laufen wir jetzt auf jeden Fall mal herum Oh, gleich direkt eine Mine Für die Kürbisse bringen alle nur Glück So, Kohle können wir bauen Ich darf keinen Fall Schafen nicht mehr bekommen Ich brauch kein Eisen Ich brauch Gold oder Diamanten Okay, also hier waren schon mal andere Spiele Boah, sind das viele Schafe, die also wieder da stehen Äh, kommst du da wohl mal da runter? Digga, da hinten sind es ja noch mehr Schafe, ich will es so nach so einem Unfallmittel Lass mal in diese Mine hier gehen Oh Meine Güte Äh, okay, gut, hier ist nirgends was Ah, Kohle, nice So, wieder genug Fackeln hier Hier geht es auch nochmal tief runter Aber das ist gut, Leute Vielleicht wird mir auch bald Diamanten Okay, ne, nur finden wir eine Blume Okay, hier geht es ein bisschen weiter runter Oh, das war blöd Ich darf keinen Schaden kassieren Machen wir einfach mal so Ich glaub, man war ein Profi heute einmal Wir müssen noch weiter runter Für zwölf Und komm, äh So, sehen wir irgendwie noch irgendwas mit Diamanten Irgendwas Wollen wir noch zwei Minuten schneller Okay, bin ich mal gespannt Wie das so wird So, bin ich grad pranken Wie geht denn das? Hä, hab ich doch Ich hatte erstmal einen Redstone Fackel Rezepte Nummer 4, die sagen Kein Ding Das und das Okay, Leute Ich habe Null Ahnung Wie das geht You have not Anlacktes Rezept Anlacktes Rezept In Duatio Hä? Ich hab's doch hier Ah Äh So Äh Bin ich doch dumm Mann, ey Das gibt's doch nicht Ich dachte Ich hab das geanlackt Gold Ja, brauchen wir jetzt auch nicht mehr Wir brauchen noch einen Apfel Ja, Leute Es ist wieder Zeit Für uns in den Fight zu gehen In dem Deathmatch Oh, ich werd so drauf gehen So, hab ich also im Winter Was ich brauche Pfeile hab ich nicht Oh, Mann Da haben wir schon einen Spieler Nein, der hat mich fokussiert Was hat er? Okay, er ist nur Eisen Und er hat Diamant So, das heißt Von dem Typen da Geh ich mal weg Da sind ja noch mehr Da ist ja noch einer Wie sind ja auch nicht Schon alle Diamant Also, die war Schei Oh, ich kalt Also, ich sterbe Ist ja so Okay, Leute, komm Ich kann noch in den Top 3 noch kommen Ich kann auch Ich kann das Theoretisch kann ich noch gewinnen, ne Wenn ich gegen den Mit dem Eisen Ding spiele Leute, ich Wachs mich mal Mal in die Mitte rein Oh, ich hab so Angst Ich hab so Angst Okay Was haben wir hier? Pfeile? Nice Oh, da Da konnte er Da Geh weg von mir Nein Leute, ich bin Kacke Ja Bin ich Dritter? Nein, ich bin Vierter Oh, Mann, ey Ist das ein Diamant? Der hat ein Diamant Wer da noch mal Ja Ey, er hat meinen Müll aufgesammelt Nice Ja, Leute Ich hab die Video gefallen Ähm, als wir gesagt haben Leute, ich bin, glaub ich Jetzt Platz 4 geworden Und das ist mein neuer Rekord Und gucken, ob wir vielleicht Im nächsten Uhr Oder C-Video Äh, vielleicht sogar Platz 1 werden Und Leute, könnt mir gerne Auch in den Kommentaren schreiben Wie findet ihr eigentlich Mein neues Cape Also, ich find das Cape Ja, sieht mir mega aus Aber solltest du neu sagen Kannst du natürlich noch Gerne kostenlos ein Abo lassen Gerne nach die Glocke Keine Weihnachten Nichts mehr zu verpassen Wir hören uns das Das war ein Like Von Leute Und ähm, ja Und wir werden noch Einen schönen Tag Bleib gesund Ciao Ciao